Ich denke, oh, ich höre den Stromverteilungskasten, um die Lichter auszuschalten, die Angst zu steigen und die Jugendleiter davon abzuhalten, Tomy Javis herbeizurufen. Achso, muss er in den Kakao im Host da reingehen. Wir wissen nicht mehr, wo es ist. Die ist nicht übermacht, ne? Oh Gott, so viel hier dieser super schnellen kacken Mädchen. Oh, da, ah ja, mhm, uh, ah, yeah. Ich bin wieder der. Ich habe die Steuerung wieder vergessen. Da hat der Berkinator, halt die Schnauze, du Huch und so. Okay, bei mir ist er, wo bist du? Mach mal 65, bitte. Ähm, ich bin hier südlich, ganz südlich. Oh. Ich bin so in der Mitte bei den beiden Hotels. Ich komme nach unten. Da hinten ist jeder. Bist du, kennt ihr diesen Haus da? Oh mein Gott. Der ist hier. Der ist jetzt bei dem Haus. Was, bei uns? Bei dem Haus ist der, also bei dem einen, außer wenn der mich jetzt verfolgt. Das richtig scheiß wäre. Ich bin, glaube ich, geflüchtet. Ja, der ist da hinten. Als ob der wieder bei mir so in der Nähe war. Ja, ja, also ich komme nicht zu dir, oh. Warte mal Ausdauer warten. Wer warst denn denn in der Nähe für uns? Also, ich, ich wollte jetzt zu dir. Ich habe die beste hinter dem Haus, aber, und zwar ein anderer und ja, dann kommt Jason. Nicht tschüss? So, was kann man hier machen? Oh, Jason kommt für uns. Ich habe eine Falle getreten in der Uhr. Ich habe ein Dings da. Achso. Ich kann damit den, den, diesen Kackjäger da rufen, glaube ich. Ich habe so eine Art Walkie-Talkie. Ich bin ganz alleine hier. Ich habe mir ein Dingsort. Ich habe auch noch eine Frage. Ich komme, Verstärkung nach, eben nicht mit meinem Basie. Ich habe mein Ding. Ähm. Stopp. Oh, da kommen zwei gerade in. Oh, da ist er. Ich habe mir gepackt. Okay. Wie geht ihr? Was? Nein. Ähm. Hilft dir dieser Typ da? Okay. Halt's auf. Und schon stolperig. Hä? Okay, nicht so. Das ist wirklich eine Woche. Ich kann mich dann sagen, Sie müssen rufen als Jäger. Yay. Weißt du, warum dieser Spaß nicht erfolgt hat? Weil der Typ im Bärenfall hingelegt hat. Ich reingehe. Ja. Bärenfall reintreten. Warum schreie ich, Alter? Ich hatte ich... Ohneufällig. Ähm. Wie kann man nochmal Items tauschen? Ja, weil das so oben ist. Stats. Ah, eine Taschlampe. Ups. Sie schlagen. Also, ich habe da Dings. Aber wie... Wie kann man das nochmal machen? Also, ich... Äh, ich will ja weiter schauen. Ich habe es ja nicht. Nee, ich habe keine Ingentar. Ja. Wenn du rechts steuendrückst, wird Ingentar weiter. Das auch nicht. Geht nicht. Also, links, rechts, unten. Die Session eben ist oben links. Also, so ein Walkie-Talkie. Das ist ein Dreieck. Das ist ein Dreieck. Das ist ein Dreieck. Das ist ein Dreieck. Sag mich, der ist bei mir hier so. Ich muss die Scheiß mal austesten. Warte. Äh, Dreieck. Nee, das ist ein Scheiß... Erst bei den anderen, aber was. Erst beim Boot. Okay. Hä? Ah, ich habe eine Waffe. Ja, aber... Mein Besie ist cooler. Du hast ein Handy, aber kann nicht mitfahren. Oh, Scheiße. Oder brauche ich dafür Strom oder irgendwas Spezielles? Äh, irgendwo Speziell hingehen? Muss ich mich verstecken? Ja, das ist cool. Mal schnell. Oh, oh, oh. Lenden ist der. Ja, die Runde ist ja eh Scheiße. Jungs, ich helfe euch. Hä? Ihn zu verprügeln bringt nichts. Alles klar. Komm. Come on. Komm. Komm. Also. Stolz. Komm. 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 Komm, kleiner Chasen. Hä, ist das scheiße, ey? Ist das schla... Hä? Dachtest du wohl? Komm, Chasen. Komm. Komm. Oh. Du Hurensohn. Komm her. Du Bastard. Hurensohn. Scheiße. Was? Waffe? Also ne, Horrorzange. One-on-one. Komm. Komm. Warum können wir keine Kuna's werfen? Hä, wusste. Achso, jetzt erst. Ich hä, warten. Eine Flüchtlinge mit dem Boot anheilen. Was? Als auch. Ja, das ist alles daneben. Du Hurensohn. Ich bin auch ein Video. Komm, Stoff. Ich ihn verprügeln. Nein, daneben. Als auch. Warum ist die Scheiße? Oh mein Gott, so behindert. Wie sie einfach so oft daneben schlägt. Nur dank mir, Alter. Sie Hurensohn. Schau dir. So ein Aufbau. Ich schau ihn dir an. B, komm ich dafür an den Trophäe. Lebensretter oder so. Nein. Alles klar. Ich hab's einfach in der Hand. Ich hä? Is loving it. Wokki-Talki Warte, und ne, how to call den Amter Tommy Alter, dieser scheiß Ähm, Araber der es auch geschafft hat, alles klar Ah, der Wokki-Talki ist was anderes Aber was du hattest, war der Wokki-Talki Du kannst andere Spieler reden hören der auch ein Wokki-Talki hat, wow So unnötig Ja, du musst, äh so ne Konsole finden CB-Radio und dann halt nur aus halt, ja, Bühne rufen Wow So ein must-deals Haus da